Ok, reinhalten! Let's go! Der ist slow, der ist slow an der Bauch! Der ist slow! Der ist slow! Hey, ich hab kill! Ja, no way! Die B90! Wipp mir die AK zu! Wipp mir die AK zu! Dann war da nicht nur ein AK Oh, da war doch noch einer! Der ist tot! Den hab ich gekillt! Und der? Oh, der ist noch einer! Der ist tot! Kein Problem! Der ist tot! Ich save meine AWO, oder Jungs? Was sagt ihr? Das ist eine arme Idee! Boah, das ist krass! Das ist eine gute Idee, oder nicht? Ich spieß, Jut bezahlt! Einfach mal hinten verspüren! Oh, ich setz gar nicht! Schöne Jumps von dir! Ja, es steht noch Kante! Der Sees ist immer da! Ich stehe keine Freunde an lang, ne? Quatt! Auf, links auf! Schön, schön, schön! Hey, ich hab ihn! Jetzt musst du ihn rushen, eigentlich! Der hat AWP, er wird dich abwämmen von links! Ob du ja noch rechts laufen hast! Ja, ja, ja! Ja, den Haffe! Mach ihn! Wir wechseln! Höchste Kopfschutzquote! Guck mal, ich bin ein richtiger Volltreffer! Samarita möchte ich da nur erwähnen! Sieben Assists! Bei mir steht das... Ich glaube, er hat einen mehr! Ja, fast so viel wie Dalu! Let's go! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü du alte surprise egg ich habe ich habe ich habe ich habe mich hat das schon mit der schaufel aus dem aus der arena geballert ich bin aber auch wirklich über die mauer geflogen das bin ich auf team feier der hase betreffend wie lange die leute in das kalte wasser tippen und dann frieren die zu ich halte den linken ich halte den rechten ja der ist weg dann nehme ich den hier ja der richtiger ich nicht mal die pfanne hochgehoben ich weiß das stimmt tatsächlich das ist ein bisschen scheiß jetzt holt die ambos ok mein kollateralschein hat das geht verlob messi 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 was messi messi mit der hand schiri hat nicht hingeguckt dafür ist er abgesegelt er ist aber schon geflogen da ist Bob hol dir Bob wo ist Bob ist das geil wir machen das jetzt direkt die sehen mich jetzt schon böse an ich glaube die haben alle mich im Teil guck wie es kommt vielleicht gewinne ich wenn alle anderen rausfliegen der will mich das war jetzt hart peinlich das war jetzt hart peinlich ok kannst du mir eine strategie führen ja wenn du ein ding angeflogen kommt einfach ausweichen es wär so das war jetzt ich glaube du bist tot als erster am ersten objekt ich klasse tot das kann ich das kann ich ok dalu wir beide mit hass und der euer lieblingsspiel der naswan angriff hat hat und und ich lebe Ich kann mich immer daran erinnern, dass so Micky und Wende, die haben die immer gehasst, weil du sterben kannst. Du kannst ja theoretisch nicht sterben, aber du kannst die so grabben und dann ist der tot. Okay. Und der hier will jetzt springen und der ist tot. Ich glaube, ich bestell eine Pizza. Ja, Pizza Tropicale klingt schon cool. Kannte ich auch nicht, da ist drauf Chicken, Ananas, Curry und Mozzarella. Tropicale klingt ja übelkacke. Wie alt... Topicale ist ja scheiße. Boah, hat die keine Hexte mehr, oder was? Hehehehe. Sie hat Hexte! E, E, E? Fling, don't smoke. Da ist eine Banane auf mich. Ja, ich steh vor dir einfach. Einen Pümpel wäre viel cooler als... David, 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 David kommen so entscheid ich habe mein penis gleich in einen dünner ein wobei ich hängen geblieben das war ein fehler ich weiß nicht warum er so lange braucht um ehrlich zu sein was soll das denn